Naja, ein Zwanziger. Naja, okay. Verschalst nix. So, rufen wir hier nochmal die Fliesen raus. So, zack, hier. Einfach nur, weil wir das können. So. Na. Ist zwar komplett sinnlos, was ich hier mach, Hauptsache, das Let's Play in die Länge ziehen, natürlich, ne. Das muss natürlich sein. So, ja, Schwachsinn. So. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. Hier scheint der letzte auf zu sein. Komm runter, du hässliche Spinne. Da kriegst du mal kurz die Hucke voll, du. Ähm, warum kann ich dir nix tun? Ups. Na, dann halt eben so. So, zack. Das Hirn aufgespießt. Da haben wir ein Käferlein. Nein, so wollte ich das doch gar nicht. So, einmal Wumms. So. So. So muss das sein. Da ist unser Affenfreund. Den holen wir gleich noch raus. Haben wir danach noch was? Nee, nur die sinnlose Kiste da unten, die gar nicht existiert. Dann haben wir den Tempel auch schon gefinished. Dann müssen wir nur noch dem Endboss aufs Maul hauen. Und dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, reicht's auch wieder für heute, ne? So, Spinni. Wie hatten wir das gerade? Hau ab, hau ab, hau ab, Link. Aufpauen. Und aufschließen. Und zack. Und gleich drei Herzen auf einmal. Und da war auch schon wieder Skype zu hören, ist ja nicht wahr. Nö. So, und so, und so, und so, und so, und, 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 so, und dann auch noch ein bisschen so. Ach, egal. Mobile, nein. Na toll, auch nix drin. Naja, mir egal. So, sind wir hier direkt über dem Affen? Nein. Natürlich nicht, der Affe ist da drüben. Okay, dann müssen wir das andere Spinnennetz durchbrennen. Dann hüpfen wir zum Affen und retten das letzte Äffchen. Und dann sind wir die Helden der Affen. Ich hoffe, die belohnen uns dann auch. So, mein Kleiner, ich hol dich da raus. Alles klar. Da hinten ist der Käfer noch. Der Hund, ne? Der Hund, ne? Das war jetzt so eine Mischung aus da hinten und da unten. Da war das Käferlein noch. Okay, dann Abzug, meine Freunde. Ähm, nein, weg, weg. Ich brauche den Boomerang. Der Boomerang-Schwadron. Und pam, 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 pam. Gut. Okay. Alles erledigt. Bis auf die sinnlose Kiste hier unten. Alles klaro. Maro. Nein, wir müssen in die andere Richtung. Oder? Nee. Quatsch. Was mache ich denn? Zurück müssen wir. Zurück, zurück, zurück. Zu den Fakten. Und wir haben alle Affen gerettet, so wie es aussieht. Und die setzen sich jetzt in Bewegung und helfen uns über den Abgrund, wie es aussieht. Aha, akrobatische Meisterleistungen hier. Die sieht man nicht allen Tag. Okay, dann zack, 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 zack. Ich hoffe, die halten uns, sonst haben wir echt ein Riesenproblem. Da sind wir im Arsch. Aber ich vertraue den Äffchen mal. Okay, Link. Dann los. Ha. Huah. Huah. Okay, wir haben den Master-Schlüssel. Das heißt... ...Tür auf. Bäh. Es scheint Giftwasser aus Majuras Mask zu sein. Oh, oh. ...Nachtschattenpaare... ...Nachtschattenpaare... ...Nichtskirchen. Oh, dann komm her. Aua. ...Gibt mir so einen Käfer. Gibt mir so einen scheiß Käfer jetzt. Komm her. Huch. Haha. Nimm das. Elende Pflanze der Finsternis. ...Aua. Aua. Oh. War das schon alles? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Was ist das für ein Viech? Bäh. Was ist das für ein Viech? Ah. Was? Hey, unser Affenfreund ist wieder da. Mit seinem fetten Hintern. Ebenso exibiert es bei dem nicht. Nein. Ich brauche den Käfer, nicht die Lampe. Ich brauche die Lampe. Ich brauche mal die Lampe weg. Ey, komm schon. Was soll denn der Scheiß? Ich brauche die Energie. Ja, komm schon. Das Viech greift mich genau an, wenn ich... Ah, komm. Oh, schön. Komm, jetzt schnapp zu. Schnapp doch zu. Greif an. Mistvieh, ich greif doch an. So, jetzt aber. Friss das und fahr zur Hölle. So, jetzt muss der Große in der Mitte angreifen. Ich habe doch keine Ahnung, wie er das macht. Komm schon. Mach irgendwas. Na toll, das macht gar nichts, das Viech. Vielleicht mit der Zwille abschießen. Boah, ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie man das Viech da besiegt. Das hat auf jeden Fall was mit unserem Affenfreund hier zu tun. Komm schon. Friss doch den Scheiß Käfer, oder? So, entweder hat sie jetzt gerade Spül gepackt, oder... Ah, natürlich. Jetzt weiß ich es wieder. Nein, 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 nein. Wir müssen das anlassen. Das ist unser Affenfreund. So, jetzt erst passieren wir den an, und dann ihn. Na, so gut. So was ist jetzt nicht geplant. Auf die Schnauze. Jetzt raus mit dem Schwert. Draufschlagen. Draufschlagen. Ach, guck mal, wer wieder kommt. Wow, 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 wow. Hau ab, lass mich zufrieden. Komm, lecker, lecker Käfer. Fress doch dieses Scheißding. Na, toll. So, komm, da friss. Stirb dran. Toll, ich brauche jetzt erst mal ein Herz. Okay. Dritte Runde. Na, komm, komm, greif an. Ja, das Ding ist doch jetzt, greif an. Greif doch an, Alter. Das ist Mist, wie ich greif mich an. Ja, jetzt. Genau, ey. So, hier hast du. Ich stirb dran. Ja, tut's weh. Es macht gar nix. Das macht nix. So, und down ist er, der Penner. War aber ein leichter Endgegner, muss ich sagen. Na gut, ist auch der erste. Ein paar Mal war ich gestorben, ohne zusätzliche Herzen. Und wir erhalten den Herz-Container. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. So, und was ist jetzt hier? Das verewigt sich jetzt oder löst sich in schwarze Partikel auf? Ist mir beides recht. Wow. Okay. Ey, was haben wir da jetzt bekommen? Aha. Hehehe, gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau. Hat denn... Hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht können wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist? Und ob das hier wirklich reicht? Hehehe. Es gibt insgesamt drei Schattenkristalle, über die... Übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen zwei hast, werde ich dir sagen, was ich mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Hehehe. Verschwinden wir also keine... Verschwenden wir also keine Zeit. Noch zwei gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vorher... Nichts wie raus hier. Und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Ja, das werde ich machen. Klar kannst du aber einen drauf lassen. So, ja, mit dem Ding. Ein Herzcontainer. Und wir bekommen ein weiteres Herz. Willst du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Jo, bin ich. Diesmal haben wir alles. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir lösen uns auf. 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 Und wir lösen uns auf.